Oha Chapter 5 Wayne Slickers Nice Was heißt nochmal Wayne Slickers? Regentropfen Das ist ein interessanter Weg Das hat mir was Slickers bedeutet Hau raus Nein Was heißt Wayne Slickers? Toll Nein, jetzt, hallo Kognitive Probleme Oh, keine Probleme Scheiße Dann komm du mal schnell zurück So Tschüss Oh, verknappt Ich wollte mich eigentlich mit in den Boxen Keine Olibeer Na hier Bughacke Ah, Bughacke Oh Nice Im Sterben Die Immunie gekrallt Oh shit Nicht, 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 nicht Aaaaah Okay, doch, B durch, B durch Nein, er meint Keine Typ stand wieder Okay Aber wir haben am Anfang, dass wir einfach keine Immunie mehr hatten Jetzt hat mir was Slicker bedeutet Ah Slicker nicht, Clicker Ja, Slicker, was heißt das? Wayne Slickers Oder Slicker Oh Gott, jetzt konnte ich mir das merken Pfff, war ja was Haha Ja Ja, dass das dasselbe Button ist, ist etwas störend Etwas Ah, ich lass die einmal durchlaufen Tschüss Weißt du, wir passen durch Gitterstäbe, aber nicht durch dieses Gaffhaut Wir können auch nicht an der Seite vorbeigehen Nö Das ist wie ein Pokémon Wenn der Ast im Weg steht, dann Ist der da am Weg Du machst so ein episches Pokémon, du nukst die ganze irgendwie Hunger Aber dieses Ästchen in deinem Weg steht da noch Haha Da kannst du jetzt nicht aber so vorbei Er weiß es halt Man hat ihn Schickendes Tor, ja Man hat ihn Ui Ah, die Muni Opa, ne der ist wieder da Vertraue diesem Ort soweit wie ich ihn werfen kann Das ist aber nicht Naja, hab ja Muni scheint ja da unten umzulegen geworden Ja, der wär echt noch nicht tot Pfff Ups, Sonne Ich werd' dich getroffen Ich Ich hab' darauf gewartet, dass du auf mich raufschlimmst Möp Ach Gott, ich will deine rote Geekart Mh Meine Lieblingsfreunde Meine Lieblingsfreunde Kann man aber auch ständig vergisst, dass man auch aus dem Bildschirmrand rauslaufen kann Mh Mh Hau dir mal Muni Oh, wir haben uns angesperrt Oh, wir haben uns angesperrt Oh, hi Well, well, two little birds in the cage Frank, Joe and finish them Never liked Frank and Joe Hi Fritz, Johnny, Fernandez, get em Seems like Penguin life made him slow Rikki, Olaf, Red, Chang, attack Wait, wir können uns literally in diesen Position hier aufstellen Okay, everyone that's not dead yet Kill em Auf der einen und auf der anderen Seite It seems I underestimated you But you are both very small I shall have to kill you myself Ah Sagt ja, und dann kommt das Schild durch mein Oh, und dann ist ja, und dann kommt wieder in einem Schild Dein Pesser Ah, nach Gott Oh boah, du ist Und ist erschlagen Für alles deine Schuld Lassst du dich auch so abschießen Jetzt kannst du auch auch verlesen, ne? Als ob du lesen könntest Besprechen könnte Ja Diese Sprachgeräusche sind sehr interessant Muss ich ja an dieser Stelle Wollen wir zurück, ne? Blaue Kicker Oh mein Gott Da fährt sie uns nur hin Dorthin Hm Kann ich noch eine andere Tür Oder sind wir schon richtig? Wobei ich glaube die Level sind relativ linear gehalten Oh Gott Das ist fast praktisch Ich hab keine Muni mehr Hier liegt Muni in der Mitte Serious Es darf verbrügelt werden Dann du dir mal Du hast weniger HP Was brauchen wir Besser ist das jetzt auch nicht Was? Uh, nice Was war das Ding? So viel ist das auch nicht, was? Weniger HP hast Ich sagte, so schwer ist das auch nicht Doch Weil jeder uns einfach vorgeführt hat Bei seinem Pesser So schwer ist das doch auch nicht Rette jede Falle rein Und ich habe mal HP Oh, ist selber welche? Ja, ich habe selber welche 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 Keinen Durchgang unter die Sorge nochmal Okay Okay Ja Das riecht sehr, als wüsstest du unten lang Hey Hey Bezogen Lass diese Kiste in Ruhe Jetzt mal ganz kurz mal Warum? Weil ich das auch mal machen will Ah, okay So am alle, wenn man so eine Kiste benutzt Scheint ja nicht das einfachste Level zu sein Ja, ich furchtige Bretel selbst Gehst du nicht weiter Was ist? Du musst in diese Richtung hier gucken Ach, da sind so eine Kletterdinger Gar nicht gesehen Hätte ich sauber sagen können Hab ich? Ja, nö Doch, dass du in meine Richtung gucken sollst Ja, das impliziert nicht Dass da Kletterdinger sind Ah Yay, wir haben sich mal wieder gerettet Würde ich mal sagen Boah, geil Lass da Fuck you Boah, rutscht einfach aus und stirbt Let's go up here Entschuldigung Keine Ahnung Hat er gesagt Nicht ich Bezogen We've tracked her down to this old factory I hope we're not too late Sind wir aber Tschüss Tschüss Gehst du auch in den Screen reingerannt? Ja Weil da ist ein Pfeil Ist es? Okay, dead end Komisch Das erste Mal, dass wir nicht durch den Screen durchgehen können Ladek Da ging es wahrscheinlich Du zurück Ich glaub das nächste Window war schon Keine Munde mehr Ich hab da's ne Tür im Weg Kugelsicherig Kugelsicherig Tür ist der Tür Und Kugelsicherig Guck mal hier Naja, wobei Oder? Doch, doch Eigentlich schon, doch guck mal hier rüber Guck mal in meine Richtung Ja, wo hin? Ja geil Ja geil Ah, Mendo, ich dachte wir kriegen den auch noch ein paar Ja Mir gefällt das Granaten sowohl nicht Hier schon Ahja, der Explosive Troll Der freut sich darüber Fucken So wie der, der sich die Kante runtergeschmissen hat Heißt Troll ey Müssen wir auch mal gucken was hier unten ist, ne? Auch noch Killgeil Das auch Ah, wie der der mal verzuckt Zu gut Ja, wo ich dich oben bringen will Take money Ah, wir wollen auch noch was Ich wollte erstmal die blaue aufsammeln Ach man, ich hab Feile zur Tasse gehört E Nein, Y Nein, E Nein, E Ich hab aufsammeln gedrückt Ne, ähm Ne, ich hab A gedrückt und aufsammeln gedrückt Ha So, mit nem Schuh dros Ah Wie war das mit, so schwer ist das noch nicht, ha? Achso Wie war das mit, so schwer ist das noch nicht? Wie war das mit, so schwer ist das noch nicht? Keine Muni Ah Kann man hier durch? Kann man gar nicht Oder? Warte mal Ah Nee, verstehe Buh, es ist nur die Kiste, hier neben, ähh Nix Okay, geht auch so nicht Kiste Gezogen Scheiße Tschüss Räser Warum denn nicht? Schau mal diese Scheiße, Leute die Prey feiern, ist ja ekelhaft Ich wusste halt nicht, ob du bereit bist, dem Feind entgegenzuwirken Ja, eh Hm, Storage oder... Ruf oder Storage Storage Oh, lass mal... oder? Nein Keine Muni Ah Ist... Rufaccess Kein Zugang Ruf bist du Ja, dann ist das hier wohl gerade ein Stealth-Spiel geworden Pfff... Und wie sonst... Aber schnell Ah Geil Das noch mal... Schau mal... ... Oh... Bester Fahrstuhl! Oh geil! Jetzt gibt's Krieg auf Nimmel! Im Himmel! Sag doch was! Nehmen wir auf mich drauf! Ah, das war gar nicht respectet! Oh wow! Thank you! Willst du in die Hose gehen können? Weiter, she keep running! Ah, lauf, 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 lauf! Ah shit! Ah! I think money! Können die! Wollen wir mal unten auf das Gebäude erforschen oder einfach raus? Erstmal gucken, wo's denn lang geht! Ah ah, so viel dazu! Haha, stupid budgies! They can't get off the roof without the green key! Time to attack! Aim and attack! Click! Okay, ich dachte ja, ich hätte jetzt die Fahrstuhl in die Luft! Ah, oh hallöchen! Ach Gottchen! Keine money mehr! Ah ah! Welche? Welche? Gönn dir! Click, click, click! Geht durch, sowas kann ich aber nicht mehr! Genau, so bin ich wie ich! Ha 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 ha! Ich glaub wir sollten aber mal weiter gehen! Und hier! Hm... Ne... Oh, anders ist die größte Karte! Okay komm zurück! Wir müssen nochmal runter ins Heißen, ich glaub... Okay! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wie ist das aus dem Screen rausgefallen von uns beide Tötchen? Naja, jetzt müssen wir ja theoretisch doch die Grüne brauchen! Oh Gott! Ah komm! Hm? Komm! Ah ne, der Typ hat er sie dabei! Der mit dem Raketenwerfer! Ja, der kam doch erst ein bisschen weiter links! Der kam, wo wir hier sind! Nee! Ich glaub nicht! Ich denk schon! Nee! Nee! Hm! Ja, hier, dem Level kam der irgendwie! Möchte ich behaupten! Kann sein! Der hätte mich nur erstmal genug von seinen Kollegen umbringen können, außer... Gut zu wissen, dass Moni in nem Level liegen bleibt! Puh, schon wieder hat doch immer... Ah, da ist er! Da ist er! Okay, hinten ist er dort! Ah, grüne Keycard! Hacker! Hackerboy, hat er einfach recht! Ah, schlimm, dass ich mir merken konnte, dass andere Gegner Keycards gerne mal dabei haben! Jaja! Das hast du grad gegoogelt, aber du hast dir mal ne Komplettlösung offen! Piss! Gib's doch zu! Auf welchen Monitorn denn? Auf einen denn? Auf einen denn? Lass du dich mal lieber von den komischen... ...absurden Händlern übers Ohr hauen! Nein! Bomb! Zeig mir mal! Irgendwie hin runter! Oh! Geil! Nicht geil! Die City! Chapter 7! Okay! Wollen wir vielleicht hiermit erstmal Schluss machen? Fürs Erste! Was? Ja! Ist ja schon gespielt, I guess! Wir wollen ja nicht das ganze Spiel an einem Tag durchspielen! Weißt du, Fett und das Ding hat einfach nur Sex-Chapter und einen Boss-Kampf? Wahrscheinlich! Und jetzt kämpfen wir gegen die Göre? Was? Aber trotzdem! Wollen wir uns doch nicht an einem Tag schon alles durchhauen, oder? Ha! Jetzt kämpfen wir gegen die Göre, dann gibt es Göre! Loll! Dann gibt es Göre! Und danach gibt es Woa! Haha! Nicht wahr? Das Spiel ja! Na gut! Dann genug der Gefühlszuslei! Dann machen wir erst mal einen kleinen Cut! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder! Bis dahin! Tschüss! Jetzt darf noch was schönes sagen! Fest!